guten morgen zusammen es ist aber auch noch früh oder zumindestens bei mir ist es noch sehr früh wenn ich das video aufnehme gestern wollte ich nicht mehr machen weil es war zu viel es waren zu viele sachen no sweat summer und so weiter ihr wisst bescheid nicht erwähnt aber ich möchte es trotzdem nicht unerwähnt lassen dass wir eine gratis spitzhacke bekommen können und zwar über geforce now und die fragen die wir uns natürlich jetzt stellen ist was kostet mich das abo kostet es überhaupt was was müssen wir machen um uns bei geforce now anzumelden wie funktioniert das wie sieht das dann aus ist die spitzhacke vielleicht exklusiv kriege ich die nur bei geforce now welche geräte sind zugelassen ja ich glaube es sind so die drängendsten fragen und wann kriege ich die spitzhacke und die wollen wir jetzt hier mal im video klären also schaut euch gerne ganz an gehen wir mal weiter runter ich bin hier übrigens auf der fordnet internet seite ich verlinke euch das auch noch mal in die video beschreibung genau wie alle anderen links die wichtig sind zum beispiel auch zu geforce now klären wir die erste frage wer kann das alles runterladen und die kannst du fast pauschal mit jeder beantworten denn selbst als apple user da hast du das geforce now sowieso immer drauf genau wie xbox cloud gaming weil du kannst ja kein fort mit auf einem pc spielen und darum kann ich sagen ja es kann tatsächlich fast jeder runterladen und nutzen aber auch wenn ihr windows nutzt und fordnet installieren könntet genauso wie auf einem android endgerät dann braucht ihr trotzdem geforce now für diese aktion also es reicht nicht sich über den pc einzuloggen wie er sonst macht ihr müsst es über geforce now machen also windows ist natürlich klar mac ios ihr seht das hier kannst du auch vom iphone also auch machen von den ganzen tablets wenn du jetzt ein ich sag mal ein samsung tablet beispielsweise hast aktuell ist da funktioniert es drauf es funktioniert sogar auf dem smart tv von samsung oder auch lg hier gibt es noch mal einen link könnt ihr euch gerne noch mal angucken wenn ihr jetzt ein lg tv habt wo ihr sagt hey da muss ich das machen dann seht ihr hier noch mal eine aufstellung so sieht das item aus ist eine spitzhacke nennt sich schüsselschläger ja hier mit dieser satelliten schlüssel drauf und sieht ganz nice aus wäre jetzt vielleicht nicht meine erste wahl aber hey ich sag immer wenn das ding geschenkt ist dann nehmen wir das mit vollkommen egal wie cool oder nicht cool wir es finden wir haben ja jetzt die möglichkeit etwas raus zu archivieren wenn wir das nicht so gut finden aus unserem spinn also sehr coole aktion und was müsst ihr eigentlich machen was ist die hauptaufgabe ihr müsst euch eigentlich nur über geforce now einmal einloggen bei ford mehr ist es nicht dafür habt ihr zeit ihr seht das hier irgendwie 21 juli also seit gestern abend bis 5 august da müsst ihr das machen der login muss passieren und dann und das wäre jetzt die nächste frage am 11 august das item zu bekommen dann haben wir diese frage nämlich auch beantwortet also wo können wir es machen mit welchen endgeräten quasi alles und wann kriegen wir das ganze was muss ich dafür machen einfach nur einmal einloggen und ich bekomme die spitzhacke am 11 august also bitte kein aufschrei wenn ihr euch einloggt dann sofort wieder auf die playstation switcht und sagt oh ich habe die spitzhacke noch nicht ist klar die gibt ab 11 august in die verteilung so dann haben wir das geklärt geforce now welches abo gucken uns gleich an und hier unten gibt es auch noch mal so ein paar faqs die finde ich sehr sehr spannend weil hier unten steht drin ist die spitzhacke exklusiv und da sagen die ganz klar nee ist nicht exklusiv das kann sein dass diese spitzhacke einfach in den item shop irgendwann noch mal kommt ich weiß nicht was die dann kostet 600 800 wie bugs aber wie auch immer ich habe ja gerade schon gesagt hey wenn es kostenlos ist nehmen wir es mit die paar wie bachs können wir uns dann noch sparen das wollen wir auf jeden fall mitnehmen also da wäre schon mal drei fragen geklärt und eine wichtige frage und ich glaube das interessiert immer jeden wie sieht es denn eigentlich mit der geforce now anmeldung aus wenn ich mich da einlogge ihr seht schon ich bin jetzt auf der internetseite von geforce now und die machen natürlich viel werbung unter anderem hier seht ihr das auch mit fortnight und so weiter ist ja auch wirklich cool dass das ganze funktioniert hier seht ihr unten auch schon fortnight kostenlos bla 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 alles nichts neues im prinzip habe ich ja auch mal ein video drüber gemacht jetzt geht es ja um die spitzhacke und was brauchen wir mit der mitgliedschaft was brauchen wir da tatsächlich wir drücken hier auf mitgliedschaft und dann haben wir schon eine overview zwischen den ganzen mitgliedschaften und ihr seht schon es gibt drei stück 0 euro 10 euro und 20 euro und ihr könnt die 0 euro variante nehmen das ist ganz wichtig weil sonst müsstet ihr dann eine bezahlmethode hinterlegen und dann müsstet ihr geld dafür zahlen und so weiter und so fort wenn ihr das wollt dann könnt ihr das natürlich gerne machen versteht mich falsch alles ist cool zahl dein geld und dann kannst du mit einer 4k auflösung blablabla für mich ist das nicht wichtig darum habe ich zum beispiel die gratis variante gewählt ja basic rig bedeutet sozusagen ich gehe noch ein stück zurück basic rig das sind die log ins wie schnell du den spielaufbau hast gibt es eine warteschleife und so weiter und so fort hier bist du auf der basis und ich kann mich erinnern als ich damals die beta version davon hatte das war ja ungefähr ein jahr in der beta da hatte ich das und konnte die schon nutzen da hat es teilweise wirklich lange gedauert also da stand dann irgendwie noch 220 rigs sind vor dir und so weiter und so fort jetzt geht das relativ schnell muss ich sagen also der basic rig ist absolut ok standard zugriff seht ihr schon und eine stunde ist die session dauer das bedeutet du kannst eine stunde fortnite spielen beispielsweise über dein endgerät und fliegt nach einer stunde raus und müsstest dich dann wieder einloggen für die aufgabe jetzt ist das vollkommen egal weil du brauchst ja nur einmal kurz den login und dann bist du ja damit durch die anderen bieten natürlich viel mehr hier sieht ja schon sechs stunden acht stunden und so weiter und so fort aber das soll uns nicht interessieren wichtig ist nehmt das gratis dinge das reicht vollkommen aus loggt euch ein verbindet euren epik und fortnite account damit das ist auch noch mal ein wichtiger hinweis für alle die zwei accounts haben gerade jetzt mit hoher ein freundin spiel nutzen wir alle meistens zwei accounts um da alles abzugreifen wichtig ist natürlich dass der account in der registrierung mit drin ist den ihr auch nutzt oder wo ihr die spitzhacke haben wird ja wenn es euch egal ist dann haut er halt einfach euren zweiter account rein ich habe meistens mein zweiter account hier hinterlegt für manche sachen die ich dann immer mache wie gesagt holt ein freundin spiel ist einfach perfekt dafür darum habe ich den drauf ist mir auch egal aber das als kleinen hinweis wenn ihr zwei accounts nehmt oder nutzt dann nehmt da und achtet darauf dass ihr da den richtigen nehmen wo ihr die spitzhacke auch haben wollt das war eigentlich alles vielmehr kann ich euch hier in dem fall schon kaum noch zeigen was wir noch mal machen können ist uns bei fortnite noch mal anschauen ganz kurz ob da die registrierung hinterlegt ist das weiß jetzt gar nicht auswendig aber das gucken wir uns mal ganz kurz zusammen um die verbindung zu checken brauchen wir eigentlich nur eins ihr müsst euch hier oben anmelden hier steht jetzt meine account ist mein erst account ich weiß ich habe gerade gesagt zweit account bei geforce now zeige ich euch auch gleich braucht ihr euch nur anmelden das ist ja jetzt kein hexenwerk das ist euer ganz normaler fortnite epic account dann drückt ihr auf konto und hier auf der linken seite müsst ihr mal schauen verbundene konten und hier siehst du schon was habe ich denn eigentlich alles verbunden und hier muss drinnen stehen unter anwendungen nvidia geforce now okay dann wisst ihr ich habe das verbunden hier unten bei mir ist jetzt noch unser discord server mit verbunden das ganze habe ich da gepaart wenn du im discord bist und das gekoppelt hast spielst fortnite steht dann dann bei deinem namen irgendwie der spiel gerade fortnite oder so und das ganze ist natürlich immer noch habe ich mal fortnite stats um deine stats abzurufen im discord ist eine sehr coole geschichte also wer bock drauf hat kommt einfach in den discord kann er sich da ja mal anschauen und auf konten hättest du jetzt noch weitere sachen wie zum beispiel twitch ist klar habe ich auch playstation und so weiter und so fort aber wichtig hier bei anwendungen muss geforce now drin stehen wenn das für euch nicht passt zugang aufheben nochmal machen ihr wisst bescheid jetzt wünschen wir mal ganz kurz auf geforce now und gucken ob das ganze da funktioniert beziehungsweise wie das dann da ausschaut so ladevorgang ich habe das ganze ausgewählt es dauert immer moment dann lädt ihr das spiel es geht natürlich nicht so schnell wie jetzt auf einer playstation 5 kommt vielleicht aber auch so ein bisschen auf den rechner an wenn ihr so einen krassen gaming pc habt mit was ich irgendwelchen super prozessoren und so weiter dann mag das alles noch mal schneller gehen aber hier bei mir dauert das immer moment aber wir haben ja auch zeit wir haben noch zeit ach jetzt lädt das spiel schon stelle verbindung her okay das war es dann doch schon es ging doch recht schnell das spiel ist geladen ihr seht schon best time cc das war jetzt mein account ihr habt ja gerade die verbindung gesehen ich bin jetzt über geforce now drin das ganze könnt ihr natürlich hier bei mir kennen kommen also erstmal ist es ein mac das geht ja normalerweise nicht ich bin hier mit maustastatur unterwegs also komplett lost damit und hier ist wird dir alles angezeigt weil es wie ein neuer login ist den du ja noch nie gemacht hast nach dem motto hier seht ihr aber auch gerade sogar die werbung dafür aber wir haben ja jetzt alles gemacht wir haben alles erledigt sozusagen was nötig ist und dann haben wir es jetzt geschafft also sieht doch gar nicht mal so schlecht aus das war es schon eigentlich gewesen ich glaube alle wichtigen themen sind besprochen alles ist sozusagen erledigt und abgehakt wenn ihr noch eine weitere frage zu dem thema habt dann haut gerne noch mal in ins kommentarfeld vielleicht kann ich euch da helfen kommt in discord da sind wir auch immer stark am supporten und helfen uns da gegenseitig kann ich immer nur wieder werbung für machen und ansonsten würde ich sagen weiterhin viel spaß und viel spaß ab dem 11 august mit dieser spitzhacke macht gut bis dann tschau tschau